In wenigen Minuten fertig. Durch Blanchieren bekommt Gemüse eine tolle Farbe und ist perfekt vorbereitet zum Einfrieren oder Einlegen. Auch direkt nach dem Blanchieren weiterverarbeitetes, bissfestes Gemüse ist ein ausgesprochen gesunder Genuss. Aber wie funktioniert das Blanchieren genau? Beim Blanchieren wird Gemüse vorgegart, bleibt aber bissfest und bekommt eine appetitlich leuchtende Farbe. Dazu gibt man das Gemüse kurz in heißes, kochendes Wasser, erklärt Felix Wessler, Küchenchef des Restaurants Esszimmer auf Norderney. Das Kochwasser kann man mit Salz und Gemüsebrühe würzen. Wie lange der Blanchier-Vorgang dauert, hängt von der Schnittform des Gemüses ab, eine Karotte im Ganzen braucht natürlich länger als eine einstücke geschnittene. Normalerweise rechnet man aber zwischen anderthalb und drei Minuten. Für Spinat und Mangold reichen jedoch nur wenige Sekunden im kochenden Wasser, ansonsten zerfällt er. Wenn Sie unsicher sind, nehmen Sie einfach ein Gemüsestück aus dem Wasser und probieren Sie es. Das Gemüse sollte nicht mehr ganz roh sein, aber noch einen festen Biss haben, also quasi al dente sein. Ganz wichtig nach dem Blanchieren, das gegarte Gemüse nach dem Kochen direkt in Wasser mit Eiswürfeln geben. Das ist wichtig, um den Garprozess zu stoppen und das Gemüse schnell runter zu kühlen. Außerdem bleibt sie die Farbe erhalten. Danach wird es mit einer Schöpfkelle entnommen. Idealerweise salzen Sie auch das Abschreukwasser. Gemüse verliert beim Kontakt mit Wasser immer einen Teil seiner wertvollen Inhaltsstoffe. Dieser Effekt wird durch Salzwasser geminder. Daher sollten Sie zum Blanchieren auf jeden Fall gesalzenes Wasser verwenden. Insbesondere bei Kohl ist Blanchieren eine gute Idee, denn dadurch wird der strenge Kohlgeschmack und Geruch verringert. Zur Weiterverarbeitung als Gemüsebeilage die blanchierten Kohlblätter dann einfach kurz in Butter schwenken oder in einer Soße erwärmen. Tomaten werden häufig blanchiert, um sie leichter holten zu können. Dazu schneiden Sie die Haut an der Unterseite der Tomate einmal kreuzförmig ein, bevor Sie sie ins kochende Wasser geben. Nach dem Blanchieren lässt sich die Haut ganz einfach abziehen. Durch das Blanchieren werden Keime abgetötet und der Alterungsprozess des Gemüses wird gestoppt. Daher ist blanchiertes Gemüse optimal vorbereitet, um es durch Einfrieren oder Einlegen haltbar zu machen. Kleiner Nachteil beim Blanchieren, lange haltbar ist das Gemüse ohne Einfrieren nicht. Am besten verarbeiten Sie es am selben Tag noch weiter. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite. A, F, G, K, L, R.